ARD Text im Auftrag von Funk Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cotally Advanced Warfare Multiplayer Mit dem Wombard wieder am Start Hallo Jo Wir wollten jetzt schon... Was Pity? Ja, sag du Also wir wollten, wie gesagt, jetzt auch schon aufnehmen Aber... Boah, das war bitter, ey Das war richtig bitter, wir haben das 3er versucht Wir spielen das Herrschaft Ähm, wir haben das 3er versucht und dann... Ja... War auf einmal unser ganzes Komponenten weg, aber bei beiden gleichzeitig Ja, gleichzeitig gut abgeschmiert Und dann... Gar nichts mehr Ja... Das war ja richtig lustig Ach, das ist ja wirklich toll gegen die zu spielen, da Alter, ne... Gerade eben hatte ich einen Lobby mit allen auf meinem Level umgekriegt Ja Jetzt wieder so'n Scheiß Das geht echt gar nicht Oh mein Gott Jungs, das kann doch nicht sein Ja... 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 Sprich Laub zusammenkehren und so weiter Da waren so übelst viel Laubräufen und so, die mussten wir irgendwie auf... Das zu laden und so weiter halt Und dann bin ich da mit dem Hausmeister Eine Stunde oder so haben wir gearbeitet Alles ganz ruhig, wir haben kein interesses Wort gesagt oder so Und dann... Und dann... Und dann... Und dann eine Sekunde auf die andere an... Ich weiß nicht warum... Fragt ihr mich auf einmal... Wie stehst du eigentlich zu Gott? Scheiße... Und dann ist... Kein Wort gelesen Ich hab... Äh... Erstmal kurz überlegt Und dann hab ich gesagt... Ja... Und dann hab ich gesagt... Bitte? Äh... Ich glaube... Schon... Dass es irgendeine höhere Macht gibt So hab ich's gesagt Und dann er? Und er? Ja... Früher als Ministrant hab ich das auch noch geglaubt Jetzt nicht mehr Jawoll! Der Kerl ist richtig korrekt Der Kerl ist richtig korrekt Oh, der hat sich erwischt, würde ich sagen Ja... Ich weiß... Ich hab irgendwie noch 200 Punkte bekommen Ich weiß nicht... Warum? Ich hab irgendwie noch 200 Punkte bekommen Ich weiß nicht... Warum krieg mir noch 200 Punkte? Ich dachte 100 Hm... Nee... 50 250 50, ja... Dann würde ich mal sagen... Hake ich da auch gleich ein Religion... So ein Thema... Ich bin ja... Ich bin ja... Äh... Chris... Ja... Ich auch... Und... Ich wurde ja auch getauft und alles mögliche... Kommunion und Firmung... Alter... Alles mit denen los! Auf jeden Fall... Alles zu und ran... Aber ehrlich gesagt... Ich glaube nicht daran... Beziehungsweise... Ich hab den Glauben immer daran verloren... Ich weiß nicht... So... Oh, Leute... Der... Der Schiss war so gut... Wir haben Bravo verloren... Wir haben... Alle... Alter... Was ist mit denen los? Was ist mit denen los, Mann? Ja... Das ist krass... Ich stehe 2-4... Das ist bitter... Ja... Auf jeden Fall... Ist mein... Der Feind hat B... Törn mir mal... Oh mein Gott... So ein Spass... Ey... Nee, Alter... Nee... Jetzt sind die Nuggen... Jigger mich, glaube ich, oder? Ey... Ich spawne hier... Ja, dann nimm den Dings... 1 A... Ah... Geht's auch... Alter... Nee... Ey... Was ist eigentlich los, Mann? Ich weiß nicht, wieso... Der kämpft ja immer noch... Ich weiß... Was ist das für ein Schimmler, Mann? Ey, das ist doch krass... Die UK, Alter... Jawoll, Alter... Durch Schimmeln hat er das Team... Ach, Alter... Ey, so ein Wichser... Geht's von hinten dran... Sie wird gesichert... Alter... Ich stirb doch mal, Mann! Alter... Nee, du kannst Bravo nicht einnehmen... Jetzt stirb doch! Willst du mich verarschen? Der Feind hat Bravo... Ey, und dann ist der von der anderen... Ey, die sind so krass... Ich leg mich das mal hier hin... Wieso kann ich nicht mal gegen jemand ein Spiel, der auf meinem Level ist? Das ist so behindert... Was ist... Ist... Nee, jetzt reicht's... Lade nach, du scheiß Waffe... Alter... Nee, jetzt reicht's... Das kriegst du nicht, dass der hier abgehauen ist... Irgendwo ist der auch... Soll ich nicht mit sagen? Lol, wo war der jetzt? Das war ein Tiefregel... Warum spawnet Drei nebenher? Drei Stück! Ich versteh das nicht... Ich versteh das nicht... Ich versteh das nicht... Warum sind immer mehrere Leute, wenn ich einmal ohne lange laufe? Ich versteh das echt nicht... Ja, ja, das ist echt krass... Ja, faked hier in die Raketen, Alter... Piss... Alter... Ah, ich wurde in den Augen getroffen... Schess... Ja, Alter... So gut können die nicht sein... Nein... Was? Komme... Ist ne Marsch... Ey, so schnell tot... Wenn ich alleine spiele... Willkommen ich Gäger, die auf meinem Level sind... Ich habe eine Drohne geschafft... Wenn ich mit diesem Spiel habe, kriege ich sie... Wichsginger... Ich habe eine Fick Drohne geschafft... So schlimm... Das ist das Spiel, Alter... Ja, komm... Ich brauche... 52 Punkte, Leute... Weißt... Und da kommt ihr wieder von hinten... Gott sei Dank, eure Runde zu ändern... Soll ich echt gestorben, Alter... Ich hasse diese Gegner, Mann... Richtige Wichser... Ist echt krass... Ich steh... 9 irgendwas, oder? 9... 9 10... 9 11... Keine Ahnung... Ich freu' ich dich auf jeden Fall... 9 9... 4 12... Ich habe Vorräte und eine Drohne... 4 13... So... Fahre erstmal die Vorräte raus... Bei uns verlassen schon wieder... Welches Spiel? Wir sind noch zu viert, Alter... Oh, Mann... Das ist doch echt so... Scheiße... Jawoll... Jetzt hab ich was geiles... Das hier... Und ich habe eine Drohne noch vor uns... Ey, Junge... Jetzt kurz die ficken... Die sind viel zu krass... Die haben alle eiskalt drin... Alle... Oh, fast alle... Das kann nix sein... Ich war 50 Punkten vor Vorräten... Alter... Junge... Und dann ist der Nächste da... Und dann ist der Nächste da... Alter... Ganz ehrlich... Ganz ehrlich... Ganz ehrlich... Das ist so reudig... Wie die spielen... Einfach einen Spot zu campen... Bis er tot ist... Die haben doch nicht mehr Ziel erobert... Die hatten 10 und ich mal... Scheiße... Ich hab irgendwie... Egal... Ich snipe jetzt ja... Bock mehr drauf... Ich hatte grad das Maus verzieht... Oh, Mann... Ich hatte grad... Zuerst mal das Maus verzieht... Ja, das ist scheiße... Alter... Zu viert... Oh, zu zweit... Oder was auch immer... Das ist so abnormal... Wie die spawnen... Ja, ja... Ich stehe bei 13... Oh, der Snipe des Todes... Da war der Quickscope... Ach... Der kann nicht wissen... Alter... Das ist doch so bitter... Was... Warum... Dreht der sich automatisch um... Wenn ich komme... Hinten bei uns war... Naja... Das ist natürlich scheiße... Wenn der gerne kommt... Alter... Das ist so ein Suchti... Ich habe keinen Bock mehr... Mann... Ohne Spaß... Gegen ganz normale Gegner... Ja, echt... Ich will auch gegen normale Gegner... Ich will auch gegen normale Gegner spielen... Du musst dich einfach auch rein campen... Alter... Nee... Das ist doch behindert campen... Hast du ihn erwischt? Gut... Ey Junge... Ich kann gar nicht aus der Spawn rausrennen... Das ist irgendein Grund haben wir jetzt B... Junge... Der war auch hundertprozentig drauf... Der Snipe... Das will jetzt den Kill... Kann man sehen... Was... Der hat never ever so verzogen... Wie das gezeigt wurde... Alter... Ganz ehrlich... Warum kommen denn 3 da hoch... Warum... Kann man auf so einen Spot... 3 Leute hoch... Junge... Bei A drinnen... Dann da oben... Ey Mario hat richtig krass verzogen... Leute... Boah mit Snipen... Mir Mario echt nur... Heftiges Minus... Ja Alter... Nee... Komm... Hol mal Ball raus... Was... Ganz ehrlich... Bei C sind 4 Leute... Warum... Woher kommen die... Keine Ahnung man... Hüpft doch nicht wie ein Bastard... Ey der hüpft rum wie so ein... Geht alter... Der war echt drauf... Gott... Drei Leute hab ich bei ARK... Wer bei den Ziel geht... Warum... Warum laufen die zurück... Die haben grad C eingenommen... Und dann laufen sie zurück zu A... Warum... Woher wissen die das... Das ist doch nicht normal... Keine Ahnung... Ich hab gestern sich übelst negativ geben... Junge... Er wirft... Alter... Blend Granaten... Blend... Granaten... In dem Haus camp... Der drinnen... Alter... Die spawnen... Keine Ahnung wo... Ohne Spaß... Ich hab keinen Bock mehr... Oh du bist alter... Die spawnen sind so verkackt gerade... Warum... Alter... Ich spawne halt und sterb nur noch... Ja ich auch... Also gar nicht... Das war relativ knapp... Das war relativ knapp... Junge man... Das richtige Scheiß Game war das... 27 26... 8 27 durch snipen... Geil... Ich bin am Ende... Irgendwie 5 mal gesporen... Und gestorben... Das ist doch behindert... Richtiger Spasten... Alter... Weiß... Dem doch gegen 3... So richtig krass Prestige... 3 Typen... Oder 4... Geh mal andere Lobby... Das ist doch behindert... Ich kann's dir echt nicht mehr... Können wir einfach nur wieder aufregen gerade... Wir kommen jetzt gleich gegen... Mann ich weiß einfach... 2 von 2 versücken... Für... Spielen da... Und keins tritt... Alter... Willst du verarschen... Es sind 2 Spiele... Und keiner tritt bei... Ich mach halt Deathmatch oder sowas... Alter... Dann ist das gleiche wieder... Oh Gott... Nee... Ist das gleiche... Dann wird's in Deathmatch... Warum gibt's in Deathmatch schon 4 Spiele... Insgesamt... Das ist doch krank... Spielen... Spielen immer noch keine... Oder was... Das kann ich mir nicht vorstellen... Ja... Wer hat Spiele gefunden... Lustig... Es gibt keine Spiele... Was ist das... Mögliche Spiele 3 gefunden... Ah... Keins dritt dabei... Willst du mich verarschen... Das ist doch so... Ja Alter... Ja es geht so... Das geht wirklich... Alter... Im Deathmatch... Das ist gut... Es geht wirklich mal klar... Ja... Das ist doch in Ordnung... Aber ich stelle mich auch nicht... Recovery Riot... Riot... Ja... Alter... Was... Ich hab auch für Riot gestimmt... Heute bin ich nicht so gut drauf... Gestern so... Ein paar Warburts mit dem Po-Wunder... Ey... Ja ich hab vorhin... Ein auch nur gespielt... Die war echt ganz gut... Aber jetzt Ziva... Ich bin wieder scheiße... Ich bin auch wieder Ex-Übertakt... Und dieses Schwebentakt... Bin ich mir... Dann muss noch mal... Ich weiß nicht... Punkte... Dieses unsichtbar ist irgendwie scheiße... Eine Übertaktung... Eine Übertaktung... Eine Übertaktung oder Stim... Das ist geil... Ja jetzt auch... Übertaktung ist das mit mehr Gesundheit oder? Ah ne... Eine Taktung, schneller rennen und so... Und mehr hüpfen und... Achso... Ah... Das ist mit dem Gesundheit... Stim ist das mit so... Ah ich nehme das Gesundheit mal... Gut dass der nicht bohrt bei mir... Seit 1000 Stunden... Recovery ist das geworden? Nicht wirklich... Hä? Warum? Warum? Es war doch 3-2 oder? Willst du dich verarschen? Ich... Ey... Ne man... Riot... Riot... Keiner... Wenn hier ein Boostler auf einen Gegner machen... Ist dies für ihn tödlich? Nein das stimmt nicht... Das stimmt nicht... Ich habe extra schlicht geduckt... Um auch Füße zu sichern... Um optimal zu sein... Das ist mit dem Slime... Braucht ihr gar nicht was suchen Leute... Funktioniert in 90% der Fälle eh nicht... Das stimmt... Dieses Slime bin natürlich nicht nur... Um Punkte rein zu rutschen... Ja genau... Ich habe es zweimal geschafft bis jetzt... Und gestern... Bin ich... Neben ihm hingehüpft... Ganz genau neben ihm... Und es ist nichts passiert... Er hatte ich meinen Hitmarker bekommen... Also... Es... Es bringt einfach nichts... Lass es einfach mal laufen... Wie soll ich dir? Pussys... Okay... Bin hinter dir... Da ist einer... Komm... Da ist einer... Komm... Ich habe einen... Laserwaffe... Laserwaffe... Ey... Ich war im Nachladen... Ohhhh... Laserwaffe... Ich habe mich erwischt... Warum kann man mit solchen Noobs wieder spielen... Egal... Geht schon... Okay... Die sind echt nicht so gut... Aber ich hätte nur... Alter... Laserwaffe schon wieder... Okay... Zweifeln... Zweifeln... Ich finde keine... Oh Spaß... Laserwaffe... Zwei von zwei durch... Laserwaffe... Boah... Schade... Er hätte ich nicht rausgeknüpfen... Junge... Mann... Oh Spaß... Laserwaffe... Das freudigste im ganzen Game... Oh... Das Spawnsystem ist wieder geil... Ne... Ich hab vom Laser... Hab ich keinen Bock drauf... Ich hab... Ja... Feilt den einfach nicht... Boah... Alter... Ich glaube jetzt hört man den... 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 Den Bohrer... War aber richtig krass... Junge... Das ist so krass... Da war doch einer... Die hier wieder rumschimmeln... Da war auch irgendwo einer... Leute... Die sehen mich halt jetzt auf der Karte... Das ist richtig behindert... Wir haben auch einen mit Laser... Jawoll... Egal... Drohne... Verbündete Drohne über uns... Was? Siehst du... Ey Junge... Ich kreis... Nichts... Leute... Ja ich steu 6-3... Das geht mittlerweile sogar... Hast du den? Also ne... Hab ihn! Gut... Drohne... Ah... Hast du ihn? Hab ihn... Ey... Ey das kann nicht sein... Alter... 3-9 schon... Jungs... Was ist denn los? Schon wieder hast du ihn! Piss dich... Das ist meiner... Boah... Beschütze ich... Ich bin voll... Nein... Alter... Laser... Hurensohn... Der hat doch keinen Spaß am Spiel... Der Kerl... So... EP Hack... Fick dich... Laser hat echt... Das ist so... Ganz ehrlich... Ich bin 4 von meinen 5 Toten durch Laser gestorben... D... Die Gegner hat aber auch nicht so geil... Muss ich sagen... System Hack... Schwuchteln... Kurz um meine Idee geklappt mit System Hack... Der Kerl... Der Kerl... Der ist schon wieder hier... 2 Damage mehr... Ich... Ne... Jetzt bin ich auch mit Laser kaum... Bin ich auch mal so Noob-like kaum... Das heißt... Auf jeden Fall... So eine Version vom Laser... Die wenn du dir aus den Kisten zählst... So hervorräten... Die bringen... Plus 2 Damage... Alter... So ein Witz... Vor allem... Die Waffe hat ja extra so wenig Schaden... Ja... Die ist so Noob-like... Alter... Ich zähle doch jeden Damage wahrscheinlich... Ich kill... Äh... Immer kommt dann irgendwo anders noch jemand... Ich hole mir einen Laser schreiblich... Alter... Was? Neben mir Spawn 3... Ey... Dieser Laser... Ist so Scheiße in dem Spiel... Wirklich... Wie kann man mit sowas spielen? Wo ist der Kerl hin? Egal... Ich bin schon mal auf einer neuen Map... Jetzt sind wir da rüber gegangen... Okay... Okay... Homma... Du sollst jetzt dringend da rausgehen... Der kommt nämlich Gas und so... Bist du tot... Ja... Ja... Ich weiß schon... Dieser Laser ist sooo ein Noob-Waffe... Alter... Dann kommt... Der von der Seite... Das ist ein Vergleich, dass der Laser sieht, wie New Black der ist. Runde schon zu Ende, da wollte ich gerade Lasertypen umbringen mit meinem eigenen Laser und dann ist die Runde zu Ende. Aber Wombard, Wombard! Naja. Lightning, lame boy. Alter, aber es war ein bisschen besser außer Laser. Aber ich bin halt schlecht. 17,8, ja passt schon, aber dieses scheiß Laser, ganz ehrlich, ich bin jetzt mittlerweile sechsmal von 8 durch Laser gestorben. Dann bin ich behindert. Ich sterbe in dem Spiel, der versucht. Ich wäre nicht zum Wombard gekommen, aber dann wäre der Laser wiedergekommen. Halt die Fresse, Alter. Zeh dir gar nicht was. Ein Typ, der mit Raketen wiederverspielt, der ist schon echt behindert. Ja. Na, das war ich mir nicht. Ich bin mit RPG, nicht besser. Ich bin mit Laser, weil dein Team starten zu spielen mit Laser und das ist f***ing ab. Oh Gott. Oh ja, der denn... Ah ja, Laser ist beliebt. Laser ist beliebt in dem Spiel, sehr beliebt. Alter, was ist das für ne geile Ball? Ball 27, Obsidian Steed. Zwei Schaden weniger, äh zwei Schaden mehr, eine Präzision weniger, eine Schussrate weniger, eine Handtapur weniger. Alter. Jo... Jo... Hat er ja gesagt, Laser haben keinen? Nein. Ich hoffe nicht. Okay, jetzt reicht's. Sicher, ich hab verstanden, die Germans kommen. Ja, aber wir sind in einem Team. Jetzt reicht's mir. Ah ne, f*** noch nicht. Nein, ich wollte Cut-Adeckern rein. Geil, wir sind mit dem im Team. Der kann nichts machen. Nein, Defender! Leute, wenn's mich jetzt raushalten, dann ist Defender schuld. Oh, wenn's laggt. Defender packt mein krasser PC nicht. Ach so, ist das die Map. Bitte? Das ist die Map in diesem Tsunami, da. Naja, ich weiß schon. Aber leckt die bei dir, oder was? Ja, ich weiß die doch auch, oder? Weiß nicht. Was ist die? Ich glaube, ich komm gar nicht in ein Map rein. Oder erst mal testen, bis die war. Ich glaube, ich komm gar nicht rein, ne. Ich hab dreiviertel geladen, jetzt schluss. Ja, ja, die leckt übel bei mir. Alter. Holy shit, leckt die. Ey, es liegt echt an der Map, ey. Das ist doch schlimm. Ich komm nicht mehr rein, weil es so leckt wahrscheinlich. Mann, ich mag die Map aber eigentlich. Ich mag die vielleicht eigentlich nicht. Taugt mir eh nicht. Alter. Leckt echt krass. Ich komm gar nicht sogar rein. Synchronisieren. Nein! Hitluckern, ich hab' ich gehabt. Er ist lag bei mir gar nicht. Was? Ne. Ist ausnahmsweise mal so. Wir lag' ich gerade. Okay, der Kerl hat gefressen. Das ist ein Beispiel dafür, dass Leute richtig fressen, Alter. Ich weiß nicht, warum manche lag' ich. Bei mir extra nur lag' ich einfach. PC zu scheiße. Ich hab' die mit einem Album zu nerven. gespielt bis jetzt ne? Okay, das sind so richtige Camper Facts in dem Spiel Jawoll Alter, richtig wichserlich Übelste Spackos man Jawoll, hau mich weg Gleich pack ich mir den Laser aus, dann wirds lustig Und dann ist er rechts Oh krass, man muss hier im Spiel so umschauen, ey Viel zu faul dafür Alter, beim Bild steht Der 2 Chainz ist ordentlich, alter Der kann das Spiel richtig gut Ach komm War doch so klar, dass wieder von irgendeiner Seite jemand kommt Ey, der Bohrer soll die Fresse halten jetzt Alter Jungs, man, die campen Die schimmeln Aber ich hab so einen Rafa dabei, der mitgewinne ich jeden in den Zweitkampf Ja, mein Bild ist wieder stehen geblieben, als ich grad schießen wollte Die Hafa gewinne ich jeden in den Zweitkampf Die einfachste Handhaber im ganzen Spiel Ja, dies Der Laser Ja Ja, es wird die gemacht, die das Spiel nicht können Es ist die krasseste Nude-Waffe Ja, das ist Ich hab noch nie so einen Scheiß gesehen, Mann Laser-Pussy Aber ich denke, es ist mal raus mit Laser zu spielen Die muss ja auch mal gespielt werden Ich meine... Sehr gut Sehr gut Auf die meinen doch jeder kann ich scheiß, Mann Jawoll, aufs nächste Nähe Zwei geholt, aber dann warnt er auf einem Spot. Gay Laser. Ist das? Hat er nicht ganz Unrecht. Ne. Es kam grad 5 Leute. 5 Leute, ist das wirklich in Ernst? Junge, dann von hinten. Auf Fernkampf ist der Laser halt richtig schlecht. Ja. Ey Junge, warum bleibt beim Bild immer stehen? So krank. Den hol ich mir jetzt nicht her. Den gay Ass. Jo man, der Laser, Bitches. Bitch, die wieder. Bitches, mein Laserficker. Fickt euch in den Arsch. Juuunge. Giulietta, omitto. Junge Mann. Ich würde mich auch hart abfucken. Ich würde mich auch hart abfucken. Alter. Was ist denn Vulcan? Was ist denn Vulcan? Was ist denn mit Vulcan? Oh Gott. Also ein Laserstrahl. Der kann nichts, der Laserstrahl. Naja, hab mich halt getroffen. Junge. Jetzt hab ich gesehen. Der Wichser. Ah, konnte ich hier mal die Vorräte jubbern, Alter. Krass, der beim Bild einfach echt immer stehen bleibt. Hey, der hat einen krassen, der hat eine coole Version von dem Laserstrahl. Heimlicher Warbird entdeckt! Nicht dein Ernst. Doch. Nicht dein Ernst. Warbird. Du brauchst Vorräten. Schon krass, geil. Ich helf dir. 13. Ich weiß nicht mehr, wo er war. Von jeder Schläge. Spaß. Der musste nicht mehr umschauen. Der ist hinter dich gesprungen. Der ist hinter dich gesprungen. Naja. Ich hab mich auch umgedreht, aber ich hab mich nicht mehr gefühlt. Wo bin ich jetzt? Erwischt, du Hurensohn. Du hast noch einen. Pass auf, du kommst gerade raus. Naja. Komm, spring. Da ist er. Naja. Drei Hitmarker gefessen. Sehr geil. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Spiel, ne. Jawohl, verloren. GG, Laser. Laser naps. Das sind richtige Laser naps, Alter. 19, 13. Das ist richtig schlecht. Super Laser Facts. Schallspiel. Ja, Schallspiel. Das ist echt ein Schallspiel. Du wirst 32 endlich. Ich will noch sagen, Leute. Was ist das hier für die Runde? Schallspiel. Ja, Schallspiel. Dann verabschieden wir uns. Wir sind raus. Servus. Ciao.